Joa, was geht jetzt wieder? Euer Rantusser und heute will ich einfach nur ein kurzes Kurzvideo machen. Ich will nur eine Kurzsage machen. Ja, ich war gerade am See und ja, davor noch auf der Skaterbahn. Und ich wollte eine Durchsage machen. Wir haben jetzt eine eigene Crew und auf Insta heißen wir sie Legendary Crew 2.0. Würde uns auch freuen, wenn ihr abonnieren würdet, also uns folgen würdet. Wir haben erst 14 Abonnenten an einem Tag gekriegt. Ja, oder schon oder nur. Ich weiß es nicht, ob es viel ist. Ich kann also jetzt über die Strecke kommen. Auf jeden Fall haben wir nicht so viele Abonnenten wie andere Crews. Und wir stellen auch eigene T-Shirts hin. Aber da haben wir dann keine Website, da müsst ihr die eher dann einfach fürs Skater kommen. Oder ihr trifft uns auch, fragt gegen ein T-Shirt. Also mich halt. Oder die Crew fragt gegen ein T-Shirt, Pullover oder so. Und dann müsst ihr uns auf Insta folgen und 20 Euro geben. Und dann machen wir für euch ein T-Shirt. Und ja, das war's. Dann ciao, bis zum nächsten Mal.